Herzlich Willkommen Leute zu einer kleinen Aufnahme und diesmal mit Special Edit von meinem Yu-Gi-Oh! Pro-Klienten. Ja, wir fangen einfach mal an. Ich mit Delta gegen Schnitzel und Thomas. Andere Frage, Special Edit? Ja, ich hab ein paar Sachen editiert, die könnt ihr euch ja nachher angucken, wenn ihr da Interesse dran habt. Ansonsten kann ich dir eigentlich nicht viel helfen. Ähm, hm. Wem cheatet er? Kann ich eigentlich überhaupt viel was machen? Ah, komm, ich mach mal was. Oh Gott, er hat ein Element zu halten Deck, oh no. Versuchen wir das mal. Ja, komm, jetzt hört direkt auf rumzuflame und so. Woah, what the fuck. Und das Kratzen geht irgendwie gar nicht klar. Sorry, das ist mein Headset. So, dann nehmen wir das. Schnitzel, wir haben jetzt schon verloren. Ich weiß. Das ist, das ist, das ist. Kann die Zuschauer gar nicht gehört? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, dann habsicht ihr drin. Hm, sieht interessant aus. Mathe, mach, los. Schwarz, das Loch. Ja, hab ich schon gehört. Hab ich zwar im Deck drin, aber, äh, gar nicht auf der Hand. So. Da-dum. Oh, ne, ich glaub ich weiß, was du spielst, Mathe. Ja, das Spiel hat eine Karte, ne, da wirft eine Karte ab. Okay. Ah, okay. Man, hättest du gesagt, dass du das Spiel spielst, dann hätt, äh, das Deck spielst, dann hättest du das auch gespielt. Sorry. Dann hätten unsere Karten zusammengepasst. Oh, Mann. Nö, will ich nicht. Ähm. Joa. Nö, ich, das, das ist, äh, ein Halbtraum, ne. Schnitzel, Watz, sagst du ja, im Ersten eine gute Verteidigung? Greif nicht an. Habe ich auch eigentlich nicht vor. Ich setze aber noch eine Karte verdeckt. Kann ich da eine Spezialbeschwerung machen? Hm, 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 hm. Interessant. Oh, oh, mit der Karte kannst du, äh... Ich weiß, ich hab den Effekt gelesen, deswegen hab ich sie auch ausgesucht. Cool. Oh mein Gott. Verabschieden tut sich diese Zauberkarte. Also... Aus dem Spiel oder aus jedem Deck oder wie? Damit, sagst du? Mit sich gut an. LOL. Hä? Gefällt mir. Such mal den Button. Aha, das kriegt 100 ATK für jedes Help-Monster. Elementar-Held. Okay. Auf dem Friedhof, ja. Mies! Ja. So, Delta, du bist dran. Mach was draus. Mach's jetzt die nächste Runde in ein schwarzes Loch. Hab ich vor. Ja. Ja, ich mach's. Dann nehm ich das da, da, da. Da da. Oh Gott, da spiel das nen Grümpel-Deck. Oh, oh. Ich nehm an, ja. Man kann nämlich gut. Oh, Alex, du die hat weg. Ja, auf jeden Fall. Oh, ich hab... Oh, das ist... Das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut, äh. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Soll ich Bipi? Ja, mach doch. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Spiegelkraft, mein. Das geilste ist, ihr könnt unsere Monster nicht angreifen. What? Warum? Weil die Krieger, also die Plünderer Hauptmänner können, äh, den sozusagen, den, äh, Elementarhelden schützen und die Plünderinnen schützen sich gegenseitig. Naja, aber ich kann das machen. Ja, das geht natürlich auch. Ja, gut. Oh, ein LS-Deck. Ah, okay. Ein LS-Deck. Das gefällt mir aber nicht. Oh, ich seh schon kommen, dass jetzt gleich eine verdeckte Karte kommt. Oh, lol. Ne, lol. Ne, Zauberkarten? Ne, vielleicht nur einfach keine Karten, die wir aktivieren können. Hm. Oder nicht aktivieren wollen, äh. Das ist ein Argument. Oh, DAD. Hm. Oh, ja. Oh, ja. Gott, ist geil. Oh, ja. Oh, DAD. Oh, DAD. DAD, komm! Okay, alles klar. Ich bediene mich mal einen deiner Monster, weil ich jetzt jetzt in mein Deck kommt. Ist okay. Mieser Topf. Oh, wie viele hat Karten. Oh, wie viele hat Karten. Jetzt Tragödie, ja. Na, auf jeden Fall. Oh, ja. Oh, ja. Wie wäre das jetzt wirklich hammergeil, aber... Ich muss erst mal deine Karte durchlesen, was da liegt. Ich hab' gehört, das wird noch viel lustiger. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Die Karte, die du da durchlesen willst, ne, ne, die liest du nicht durch. Mann! Lass mich! Die willst du gar nicht lesen. Oh, Gott, das ist wie ich. Alter, mehr Funktionen... JAAA. JAAA. Ja, ja. Auf jeden Fall. Unfähr. S-H-L. Wo ist das neue Problem? Ich verstehe euch gar nicht. Alter. Ich sag's, das nächste mal mache ich mir noch 3 im Arsch mehr, wenn er ein Stack dann was ruhe. Ja, hat's ja bestimmt auch was dagegen, aber es ist erst mal gut. Ruhe Klinge interessant Nein Übrigens falls es wen interessiert, der Background natürlich von Sword Art Online Beim Ernst jetzt? Natürlich Warte, machst du weiter? Jaja, warte So Ui Ah, jetzt Geil Hä? Ah Ja, wir verlieren jetzt Ah ja Matze Matze gefällt mir Scheißegal ob die die jetzt zurück holt, die stehe gleich wieder weg Die Rechnung ist interessant Warte ich angreifen oder soll ich nicht angreifen? Mach nicht, mach nicht, mach nicht Jawohl, ganz ehrlich ich könnte in den nächsten Zug das Mods Und jetzt, da scheiß ich drauf Ja okay Ja, da scheiße drauf. Spiegelkraft, 100% Du musst aber drauf denken, ich kann das Monster jeden Zug zurückholen Ja, aber trotzdem, die haben Monster Reborn Ja, und jetzt? Unser Monster hat 3000 Artikel, wir haben nichts dagegen erstmal Boah, ist das ein Drache eigentlich? Ah, schade, nein Nee Ist immerhin der Drachenherrscher, ne? Ja, warum ist das ein Drache? Dann könnte ich dann 5 Captain schnell rufen Ja, schnell Und was surrounding ist vor Genug Overledgen noch, das ist ganz ruhig, ganz ruhig, dass hin Hey Nee Deltagreif an, Deltagreif an confusing Fandentalter du weißt, dass du jetzt willst also ich will nicht lass mich allein drohen Alter, was ich für Karten ziehe gut oder schlecht heißt so gut das ist jetzt schlecht interessant warte, jetzt muss ich mir den Effekt erstmal durchlesen wähle einen Monster auf den Spielfeld verband das gewählte Ziel und dann kann die Karte nicht angreifen in den Spielzug ich wäre für den zweiten Effekt also jetzt noch die weg und die weg und die hier und die hier und die hier hilfst du nicht meine ganzen Karten weg, ey guck mal, was wir dafür auf dem Feld haben ja und einmal Spielkraft und Ruhe ist ich weiß sie nicht nee nee, warte jetzt kannst du mach einfach was du willst ich kann meinen Monster in der nächsten Runde wieder zurückholen wenn du es kaputt machst soll ich angreifen? wenn du jetzt schon in der Battle Phase bist ja, bitte oh Gott okay das greift mit dem 2,8er das verdeckt da an genau ja, ach was braves Schnitzel ich weiß wie man angreift das glaube ich aber nicht was sagst du? sie haben einmal Monster Rebound verdeckt ja also zwei Drachen sind schon auf dem Feld ja, schön du hast aber nicht genug Plätze um 5 zu haben aha ja, aber ich kann aber nachher noch opfern ich soll was tun na, du verlangst ja viel von mir und schon ist er fertig oh nee, oder? oh, Achtung jetzt kommt gleich übelst das starke Monster pass auf ah wein, wein was hat er denn auf dem Friedhof dass er was mit Fuss im Ding? ja, okay was? oh, das gefällt mir schon so gar nicht pui oh, ne oh, das gefällt mir gar nicht mir auch nicht hm das hast du mir an Spielkraft ganz verdeckt auf dem Feld ganz, ganz unheimlich verdeckt yeah so gut versteckt, dass man es nicht erkennen kann meinst du? ich muss gerade selbst noch ein bisschen überlegen oh, Alter, das kriegt doch immer was jetzt ah, für jedes Verband, der erhält das das für jede Wirken fällt oh, Alter, das wäre oh, Gott okay ja, was, pass auf, jetzt kommt's gleich naja, die Karte ist gleich verbannt und wir haben verloren naja, sie das Ende des 5 verstört natürlich die richtige Karte das ist ja auf jeden Fall die Düsseldienste Düsseldienste sind ja da bin ich ja okay würde ich eh nicht schaffen jetzt ach jetzt einmal dreimal hintereinander Monster Rebauer klappt das Schatten ja da kann man auch dreimal im Deck haben äh lol warte mal hm was was bringt das aaaah schön bringt uns aber herzlichst wenig hey 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 alter ja auf jeden Fall Marcel auf jeden Fall Mami ich bin noch nicht ganz im Hübein und rum toll oh what the fuck ihr seid dran Matze ja jetzt warte jetzt passt mal auf was ich jetzt mache ähm ich hab dir den Drachen extra im Feld gelassen ja halt die Schnauze ich weiß warum du ihn behalten hast he 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 wenn er nicht mehrmals angreifen konnte oder und das Vieh ist schwächer als jedes unserer Monster noch ja schnauze noch ja noch die Ressort noch ja ich muss es ja noch sagen das Deck was ich jetzt so wie ich es gerade spiele wird es natürlich auch als Deck Vorschau geben ist nicht die Rede wert ja 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 ah was nehm ich denn jetzt für ne Karte ich weiß es gar nicht hm jetzt sind Unfall ich nehm mal die hier ne ja ok zwei Züge ja zwei Züge ok ah von der ATK Anzahl her werden sie das sogar noch packen tadam schnitzel aber das hast du nur gezogen äh ne wieviel Stern hat der 28 ne dann lass stecken und greif einfach nach und nach an mit dem Schwächsten den 1800er dann mit dem 3000er in Verteidigung und dann mit welchem vielleicht haben wir ja einen Obelisk ja Peiniger da liegen ja auf jeden Fall auf jeden Fall Scheiße das angreifen nochmal wir greifen einfach mit dem Schwächsten den 1800er an also 1800 Defens nein natürlich die Effekte nicht aktivieren nein nicht ich weiß ich weiß doch mach 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 aktivieren das greifen mit dem 2600er an da liegt Nobelisk fahrt auf ja auf jeden Fall Scheiße ich dachte sie glauben so dann das greifen noch direkt an und ich glaube ich glaube Berlin die zwei Runden nicht ich glaube auch nicht das schwarze Loch wäre episch aber dafür müsste er jetzt eine Bruchvollkarte ziehen Spiegelkraft das schwarze Loch zwar nutzlos aber jetzt kommt gezeigt dass du was noch kannst ich kann nichts machen außer dass also rückholzieren oder was ja auf jeden Fall oh Mann ja schön toll das bringt uns jetzt ja das bringt es ja toll wenn er zerstört wird juhu warte mal ach scheiße Mann ich kann nicht mehr machen die Karte wenn ich dir jetzt sehe die bringt auch nicht wirklich viel Gigi danke fürs Zuschauen ähm hat sehr viel Spaß gemacht ja warte ab jetzt kommt noch meine verdeckte Karte ja wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder äh nächstes mal nehme ich meinen äh Marshmallown Deck Alter ich sag's da danke voll Exodia Deck oh ja schön auf jeden Fall Exodia Deck ja und wie gesagt Deckvorschau wird's auch geben äh danke fürs mitmachen Delta Schnitzel und Thomas äh Thomas Thomas? ja Thomas sorry ich bin dran gewöhnt Matze also bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss